Mein Name ist der Brems. Er kommt zu uns mit 5 Sieg. Er repräsentiert das Agünzüne. Kommt aus Istanbul in der Türkei! Mert! Agün ん! Der 3-fache und amtierende World Kickboxing-Union-World-Champion Die Ironball, Enver Schliever! Die Ironball, Enver, 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 Enver! Yolun! 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 Cep! 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 Jürgen! 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 Applaus 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 Die Anteresend kommt nach 1 Minute 57 Sekunden der zweiten Runde. Siege durch Tactical Knockout. Enver Schillivert! Danke vielmals, Veranstalter, Brothers Gym, dass sie mich eingeladen haben, die geile Veranstaltung ist wirklich cool, so eine geile Feite. Danke vielmals, meine Freunde, Familie, dass sie mich hoch unterstützen, meine Gym, Iron Bull Fight Gym von Luzern. Und ich will euch sagen, meine Frau ist heute Geburtstag, das sing ich heute für dich, Schatz. Ich liebe dich. Huss! Enver Schliver, meine Damen und Herren.